cheers mein name ist pinex und herzlich willkommen zu final fantasy 14 heute gibt es noch mal eine runde mit meinem maschinisten in den pvp modus von crystalline konflikt viel spaß hallo werte mitkämpfende grüße sie hier zu einem spannenden match in dem wir ganz bestimmt nicht aufs maul kriegen werden ihr bogen ist sehr groß lady doppelt so groß wie ich sehr groß wirklich sehr sehr groß ja derzeit wirklich doppelt so groß wie ich holy shit okay das wird schon werden wir sind nur sehr fernkampflastig die gitter sind sehr nahkampflastig das wird wird schon werden da sehe ich gar nichts gar nichts das wird schon werden naja aua sie wechsel und teddy cool mussten jens lohn ist mit der schrumpf ins gesicht ok komm indische stanzer der tanzierung er holt sich ja ein heal kram nach dem anderen nein die die kleinen fläschchen die auf dem boden liegen easy healer heal dich ok dann nicht tschüss schrumpf hinter ins gesicht das hinter ja und ich nehme ich nein oh hallo schade ich fliege die fack war das oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein Noch mal da. Hallo? Ich habe gesnipet. Ich habe keine wirklichen Hilfe, echt gar nicht. Das ist diese Standarddinger, ne? Ja. Ja man, zusätzlich. Aber die Schreibdinger, so viel heilen die auch nicht. Hilf dir. Die pushen halt hart rein. Das ist ein bisschen doof. Ich bin der Einzige gerade irgendwie am Punkt. Ja, ich muss gerade mal eben hier Kampf-Alexien nehmen. Was machen eigentlich diese gelben komischen Dinger am Boden? Hast du das schon rausgefunden? Die spawnen den... Die spawnen den Dings hier. Die sind Sturm. Du meinst diese Schoko-Boot-Dinger? Ja, ja. Die machen genau das, wodra ich jetzt sterben werde. Ach, ist doch... Reudig, so den ersten Tod zu erleiden. Wirklich reudig. Wirklich reudig. So reudig. Reudig! Ich komme. Ich werde euch retten. Das ist ein bisschen uncool, was hier passiert, tue wir anders da. Fuck. Ich konnte es nicht aufhalten. Damage habe ich aber gemacht. Na, kam mir nicht wirklich so. Ich habe Damage gemacht. Ich werde euch verletzen.